1922 beschäftigt ein grausames Verbrechen ganz Deutschland. Hinter Kaifeck, der mysteriöseste Mordfall der deutschen Geschichte, ist bis heute ungeklärt. Wo ist denn das Bild vom Hof? Was ist denn für ein Hof? Das hing doch gestern noch da. So ein alter Hof im Wald. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Der Gruberhof. Da darf man nicht hin, da wohnt der Teufel. Der Hof ist ein unseliger Ort. Halten Sie sich davon fern. Ich träume immer von diesem Hof hinterm Wald. Ich weiß, dass Sie mir Antworten geben können. Warum reden Sie nicht mit mir? Sie steigern sich dann was rein. Hier steckt alle unter einer Decke. Ein Geheimnis, das verborgen bleiben will und deshalb keine Gnade kennt. Hinter Kaifeck. Man sollte die Vergangenheit ruhen lassen. Auf DVD und Blu-Ray-Disc. ei. Хотal? Untertitelung des ZDF, 2020